Musik Ich kann gar nicht schnell genug aus dem Wasser herauskommen, um Ihre Freude, ich glaube, mit Ihrer Familie oder der Mannschaft zu teilen. Sehr ungewöhnlich. Musik Da ist der Trainer. Er hat sie gesügt und gefunden. Es ist schon zu sehen, wie unterschiedlich die Sportler und Sportlerinnen reagieren in solchen Momenten. Der eine zieht es vor, so lange wie möglich im Wasser zu bleiben und diesen Moment allein zu genießen, den Moment auf sich werken zu lassen. Claudia Paul sucht sofort Ihre Freunde, Ihren Trainer. Musik Den ersten Individualweltrekord dieser Welttitelkämpfe von Göteborg. Vor zwei Jahren in Rio de Janeiro hatte Claudia Paul im Endlauf mit 1,55-4,2 den alten Weltrekord aufgestellt. Und heute hier rasiert sie über eine Sekunde bei dieser Bestzeit hinunter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020